Ich habe gemerkt, dass Schacher-Seppeli und Maske-Deppeli doch fast gleich da ist halt mehr passiert. Ich bin ein Maske-Deppeli im ganzen Land bekannt. Ich bin mal zu flott, ich war ein Bürstchen, jetzt bin ich ja vergangen. Ich bin zufrieden, wenn ich gestresst und ohne Lust durchs Leben geh. Und sogar beim Sex mit meiner Frau lege ich eine Maske an. Wo sie sich auf der Welt als Gutes isch und sicher nicht verkehrt. Solange ich gut betucht, dann lütze ich das Geld noch für mehr. Wie schön ist doch ihr Pandemie und sie geht aus für Katz. Und sogar der Gesang verdient ich mir und ich habe einen brav gelacht. Es isch menge heute der reiche Mann, aber morgen isch leid isch so. Dass sie de auch am Blenden huhe noch z'letzschte Korn eignog. Es brüchkt wo z'her ein Portmone, damit will ich noch bis nach. Sogar ein Maske-Deppeli, es liegt in Höhe drauf da. Ja, hoffentlich so. Ja, hoffentlich so. Ja, hoffentlich so. Ja, hoffentlich so. Ja, der hat ein bisschen länger, wo's isch jetzt schon ein jährlich war. Der gleiche Chauffier. Es dürfte mich, sollte nicht möglich sein, aber ich bin komplett schier. Und es isch wohl ich ob mir noch nicht mehr. Ich und ausgelöst war, dass ich mein Leben auf den Gleis vor SBB-Handlach. Und jetzt stehe ich vor der Himmelsstelle, Petrus schaue mich an. Und sie sagt zu mir, du Maske-Depp, was machst du denn du schon da? Für dich isch isch no nit so weit, wie's Grosse wär langsam frei. Was da genau falsch gelaufen isch, das kann ich nicht verstehen. Ich hab doch sogar eine Briefli-Geschichte betreffend Corona. Soll ich mal den Neuen probieren da? Ja, hey. Probieren. Ja, ich darf bestimmt probieren. Ja, ich mag nicht so einfach mit dem, man kann ja nur das Gleiche. Ja, ja, es ist... Aber mit dem ist die Angst? Das ist schon gut, das ist schon gut. Ja, es ist schon gut. Wäre jetzt glücklich mit dem Stamm-Rapper-Quar hinzufüren zu kommen. Wir suchen auch die Corona-Protest-Songs zum Teil immer noch halbfertig zu spielen. Es geht eigentlich um ein Mädchen, das an die Demo ging und das gut gemeint hat. Und sogar noch den Fetzen von einem guten Song auf dem Plakat hat geschrieben. Und dann doch für verrückt erklärt worden ist und die Handschellen vor der Psychiatrie abgeliefert wurde. Aber sie weiss, entgegen allen Manipulationen, die sie dort in den Mauren zu hören bekommt, dass schlussendlich die Musik nichts Böses ist. Denn wo man singt, da lasst sich nieder, böse Menschen singen keine Lieder. Musik 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 Rhythm is the answer Rhythm is the answer Rhythm is the answer